Durst Grünbein, Dekolleté, manchmal genügt ein Schlüsselbein, der Sturz in ein Augenpaar und Schmerz flammt auf über allen Verzicht und Verlust in einem Menschenleben. Nun zeigt sich, es ist sehr kurz, gleich vorüber die Hauptsaison. Vergeben die Chancen Avancen. Letzte Runde, ruft der Kellner und klaubt die Servietten auf. So leicht erreichbar schien vieles. Aber nun ist es ein Ausverkauf, ein Schimmer zwischen Terminen, Reiseplanung, Zahnprophylaxe, im Turnus zum Festtagsfinale und es gilt, früh zu buchen. Ein Blick in die Kontaktanzeigen. Es geht um Sehnsuchtsdaten, Haarfarben und Oberweiten. Die B-Seite des Lebens hat angefangen. Zwölf Tonmusik, auch für ungeübtere Ohren. Immerhin wächst die Rührung stündlich. Man wünschte, man fiele nicht ganz so tief. Wünschte, man wäre wieder das unbeschriebene Blatt.